Leute, 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 ich muss ja sagen, Schule kann schon nervig sein. Ich meine, man hat die ganze Zeit Hausaufgaben, Arbeiten, Klausuren und diese ganzen Sachen. Auch ab und zu so Überraschungstests. Boah, Leute, lasst ein Like, wenn ihr auch Überraschungstests habt. Ich hasse es nämlich auch. Aber heute gucken wir uns mal lustige Fails an in der Schule, lustige Momente, damit man quasi auch wieder vielleicht danach gern zur Schule gehen möchte. Man weiß es ja nicht, Leute. Aber hauptsächlich war deswegen noch auf den Abo-Button, wenn ihr von mehr sehen wollt. Und ich würde mal sagen, wir gehen doch direkt mal hier rein und gucken mal hier, was wir so für lustige Fails in der Schule haben. Er geht einfach mit so einem Anzug rein, oder was? Sag mal! Ey, was ist denn bei dem? Ja! Und wie sie durchgeflitzt kommt mit dem Skateboard. Das hat der Lehrer gar nicht kommen sehen. Der Lehrer hat das einfach gar nicht kommen sehen, Leute. Und ich glaube, die beiden, äh, ja, oh Gott, nicht in der Schule schlafen. Nicht in der... Das war auf jeden Fall Karma. Das war auf jeden Fall Karma. Und der Typ ist 300 IQ-mäßig unterwegs mit den Stühlen, damit seine Füße nicht lasse werden. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen, ne? Dass man so krass unterwegs sein kann. Ey, läuft bei dem jetzt mal ohne Spaß. So, ist das jetzt hier? Ach, der... Ach, der hat hier... Neue Haare, oder was? Ich glaube, der hat neue Haare, Leute. Ne Glatze! Er hat ne Glatze! Oha! Hä? Guck mal hier! Die ist im Spinnen drin. Nein, sie macht das nicht zu, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie wurde eingesperrt jetzt! Oh mein Gott! Sie ist einfach in so einen... In so einen zufälligen Spind reingegangen. Und jetzt haben sie ihn zugemacht. Und es ist nicht ihrer. Oh! Ey, sie kommt da nicht mehr raus. Oh mein Gott! Sie kommt da nicht mehr raus, Leute! Sie ist jetzt einfach im Spinnen eingesperrt! Okay, paar Sekunden später. Jetzt... Jetzt weint sie auch noch. Oh Gott! Dass ich lache, ist echt fies, muss ich sagen. Aber es ist halt einfach so dämlich, dass man sowas macht, ne? Yo! Wenn es mal geregnet hat, ne? Einfach mit dem Schwimmboot in die Schule. Äh... Was denn... Warum geht der so komisch, Leute? Warum... Was ist denn der Rucksack so... Was macht denn der... Warte mal, was macht der jetzt? Äh... Oh! Er sagt, er ist Single und sucht an seiner Frau. Oh! Er sagt, ich sitze da hinten. Oh! Ist das unangenehm, Leute! Ist das unangenehm! Warum macht man sowas? Der hat wohl jemand die Maskenpflicht ein bisschen zu ernst genommen, muss ich sagen. Der sitzt ja wirklich mit einer Gasmaske da vorne, ne? Ohne Spaß. Oh! Ist das unangenehm! Ist das unangenehm, Leute! Äh... Lol! Eine Maus einfach oder so eine Ratte. Mitten an der Wand. Spider-Maus. Alles okay bei dir? Alter, da kann ich ja gar nicht in Ruhe in der Klasse sitzen. Mach doch mal die Maus da weg. Er sagt einfach, wir machen erstmal Unterricht fertig. Was macht die denn jetzt? Brr! Hä? Was war denn ihre Mission? Was war denn ihre Mission, Leute? Äh... Ja! Was ist denn sein? So! Oh Gott! Oh, komm! Schafft er das, Leute? Schafft er das? Schafft er das, den Würfel zu lösen? In der Zeit? Schafft er das? Ich... Jimmy! Oh Gott! Ey, das ist doch kein Rohr, wo man sich festhalten kann. Das bricht er locker ab, oder? Oh nein, mach's nicht! Du bist... Ein bisschen... ...übergewichtiger als der andere. Also ein bisschen mehr Gewicht, meinte ich einfach nur. Okay! Die hat's erwischt! Hä? Oh Gott, was ist denn da los? Was ist denn da los, Alter? Was war das denn? Oh! Oh! Er ist auf jeden Fall angepisst, Leute. Es sind nur vier Leute, es sind über Unterricht gekommen. Nur vier Stück! Und er... Er ist angepisst, der Lehrer. Er ist wirklich angefressen. Ey, wie er da steht. Einfach diese Enttäuschung. So, warte mal. Guck mal, wie er da filmt. Das sieht doch locker der Lehrer, oder nicht? Hä? Das muss doch locker der Lehrer sehen, wie er da filmt. Das sieht er doch jetzt auch. Er hat die einmal mit Kreide abgeworfen. Hä? Komm! Los, spring! Flasche! Okay, das hat man schon ein bisschen kommen sehen, muss ich sagen. Podium. Jack... Oh, jack me off. Alter, wenn du zu spät zum Unterricht kommst, einfach so auf den Rasen fahren. Oh! Lehrer kam rein. Oh! Was hast du gesagt? Ich sagte, wer das macht, Alter? Alles klar. Oha, der ist einfach... Der Typ ist total dicht, Leute. Der ist total dicht zur Schuhe gekommen. Oh! Er hat die hochgenommen. Die wollten seine Beine wegkicken. Warum lernt man nicht, dass diese Tische so leicht umkicken, ne? Okay. Hä? Er wurde einfach von der Talentschule gekickt. Er wurde einfach von der Talentschule gekickt. Warum auch immer. Ähm... Hä? Oh, meinte Sachen, ne? Manche Sachen sind richtig lost, Leute. Oh, er hat gesagt, seine Schwester ist schwanger. Seine Schwester ist schwanger! Von wem? Oh nein, er hat gesagt, ich werde Vater. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der hat seine Schwester geschenkt. Oh! Okay, ein ganz normaler... Ein ganz normaler Gang. Durch die Bibliothek. Als Green Man, Leute. Alles klar. Ähm... Kannst du mal aufhören zu husten im Unterricht? okay okay ja hat zugeschlagen hat zugeschlagen nein nein du willst was erklären wie hat es jemand geschafft da den stuhl wie hat er das geschafft leute wie hat er das geschafft oh mein gott er muss die schule wechseln ich schwör es euch der wird einfach den spitznamen stuhljunge oder sowas bekommen jedes mal wenn er steht dann fragen sie ihn setz dich doch mal hin irgendwie sowas leute der wird ja richtig hoch genommen ihr sagts euch richtiger stuhlgang der typ der lehrer geht auch ab der lehrer geht ab der lehrer er geht ab er geht ab er geht ab oh mein gott alles klar läuft auf jeden fall bei den alter ohne spaß leute ich würde richtig und bei dem auch er macht den boden erwischt den boden leute ich muss sagen das war auf jeden fall echt die lustigsten fails aus der schule freunde und die lustigste momente wenn es dir gefallen hat auf jeden fall auf den like button und auf dem abo button und schreibt eins mit meinem wie es hier auch selber draufklicken und abonniert den kanal für tägliche reaktionen mehr ciao